Herr Muschke, wir nennen dieses Grundeinkommen einen Kulturimpuls. Was ist aus Ihrer Sicht bei dieser Idee eines bedingungslosen Einkommens für jeden der kulturelle Aspekt? Ja, ich möchte fast sagen, der pädagogische. Heute müssen Leute, nicht nur junge Leute, aber besonders junge Leute, eigentlich schon wissen, wo sie ansaugen, was etwas bringt, bevor sie wissen, wer sie sind oder herausfinden, was sie werden können. Und der Druck ist schon auf der Schule gewaltig, sich nach einem ganz bestimmten Muster zu verhalten. Dieser Druck wird verinnerlicht und er lässt viele Leute unbefriedigt, die meisten, und unglücklich. Und auch das dürfen sie sich nicht eingestehen. Und für mich ist das bedingungslose Grundeinkommen die Chance, in einer wichtigen Zeit des Lebens, und das kann die Pubertät sein, das kann die Lehre sein, das kann das Studium sein, es kann aber auch das 50. Jahr sein. Sich nochmal zu sagen, bin ich das, was ich mal habe werden wollen? Wie viel von meinem Potenzial habe ich realisiert? Ich habe vielleicht das, was man einen guten Verdienst nennt, aber bin ich das selber, der diesen Lohn empfängt? Und hier eine Entscheidungsmöglichkeit zu haben, die nichts mit Sozialhilfe zu tun hat, sondern, ich möchte fast sagen, mit Denkhilfe oder mit Erinnerungshilfe oder mit Besinnungshilfe, ist ein Postulat, das bei keiner Behörde, in keiner Schule gut aufgehoben ist. Das muss gewissermaßen ins System eingefüttert werden, mit dem Risiko, dass es missbraucht wird, mit der Chance, dass es gebraucht wird. Und diese Chance ist in meinen Augen so viel grösser, dass ich mich zu dieser Idee bekenne und genau weiß, dass sie selber, die Idee nämlich, einem Lernprozess unterworfen sein wird, was kann sie, was kann sie nicht. Aber erstmal soll nicht der vorauseilende Pessimismus die Grundlage der Arbeit sein, sondern das schlichte Erkennen einer Chance, einer Chance, sich zu prüfen, auch sich zu versuchen und dabei vielleicht nicht nur sich ein bisschen zu ändern, sondern auch die Umgebung und vor allem die Denkarten der Umgebung. Alle klagen gewohnheitsmäßig darüber, was ihnen fehlt, aber diese Klage enthebt sie auch der Pflicht, irgendwann mal etwas daran zu ändern, was einem fehlt. Und Geld ist das Wenigste an dieser Sache. Natürlich ist es nicht nichts. Und ich meine, wenn das Grundeinkommen jetzt auf einen nominellen Betrag reduziert würde, wäre das eine Alibiübung. Es muss eine solide Chance sein. Man muss eine Weile davon leben können. Und dann kann man, gewinnt man die Zeit herauszufinden, wie man leben möchte und wie nicht. Und das kann eine kulturelle Veränderung großen Stils sein, denn die großen Veränderungen fangen immer beim Einzelnen an. Es ist eine Frage der Wahrnehmung. In Ihren Texten fällt mir auf, auch das neue Buch jetzt, dass Sie immer mit der Tag- und der Nachtseite und allen Dämmerungen gleichzeitig umgehen. Und wenn ich daran denke, wie ja auch manche jungen Menschen beschreiben, ich erlebe hier eine Welt, die eigentlich nicht meinen Erlebnissen entspricht oder dem, was in mir lebt. Und wenn ich es in Beziehung bringe zu dem, was Poesie ist, die immer sozusagen die Nachtseite mitsieht oder die Seite des mitlaufenden Empfindens, der mitlaufenden Reflexion, dann kommt mir der Gedanke als Vermutung oder auch Frage an Sie, um diesen Zugang zu einer solchen Idee zu haben, also die ja nicht sich erschöpft in dem Wort bedingungsloses Grundeinkommen, sondern die ja sofort sehr viel mehr meint. Welche Rolle spielt da für Sie vielleicht auch mit der Horizont, die Vielfalt der Wahrnehmung der Vorgänge, die ja nicht etwa nur auf der funktionellen Ebene oder oberflächlich emotionalen Ebene sind? Ich glaube, Vielfalt und Komplexität respektive deren Wahrnehmung ist nichts weiter als realistisch. Denn nach allem, was wir von dem Aufbau der Materie kennen, gehört es eben nicht dem Gesetz des Computers, des Silikon-Kristalls 0,1, Entweder oder, sondern wir leben von einem unabsehbaren Sowohl-als-auch. Das heisst von der Konfliktbereitschaft, von Widersprüchen, die ganz offensichtlich etwas zu tun haben mit dem, was man Kreativität nennt, nicht nur literarische Kreativität. Auch die Zelle muss beispielsweise eine Grenze finden, die zugleich offen und durchlässig ist, sonst hat sie keinen Stoffwechsel. Der Computer würde hier einen Widerspruch feststellen, entweder offen oder zu. Und die meisten Menschen programmieren sich unbewusst nach diesem System, nach dem Computer. Was nicht Jacke ist, ist Hose. Aber es gibt noch viel anderes. Und das andere ist, was mich interessiert, weil es, glaube ich, ein Versuch ist, die Wirklichkeit darzustellen, jedenfalls in der Möglichkeitenform. Literatur ist Möglichkeitenform. Und bekanntlich gibt sie keine Antworten, dafür hat man die Bibel oder den Koran. Besser nicht. Oder besser nicht. Sondern sie stellt Fragen. Und wenn sie gut ist, werden aus Antworten größere Fragen. Fragen. Das ist mir aufgefallen. Menschen, die keine Frage haben, können das gar nicht hören. Und ich habe so das Gefühl, es unterscheiden sich die Menschen ein wenig zwischen denen, die dermaßen in dem Funktionieren drin sind und dann keine Frage haben. Und wiederum dieses Phänomen der Frage, das interessiert mich sehr. Das Phänomen der Frage. Das Kind, jedes Kind, das nicht eine vollkommen zerdrückte Kindheit hat, hat ein Fragealter. In diesem Fragealter erwartet es wahrscheinlich weniger Antworten und gibt sich auch mit keiner zufrieden. Es fragt weiter, als dass es sich selber als Fragenden erlebt. Und damit in der Frage öffnet sich eine Dimension, die neu ist. Und dieses kindliche, offenbar zum Entwicklungsprogramm, unentbehrliche Fragealter, korrespondiert merkwürdigerweise mit dem, oder eigentlich natürlicherweise, mit dem tiefsten, was wir in der Philosophie kennen. Das Abendland hat mit der Frageform des Sokrates angefangen. Die hat sich unterscheiden nicht nur von den Orientalen, den Persern und so weiter, die in einem fraglosen System aufgehoben waren oder sich aufgehoben wähnten, sondern auch von der eigenen Regierung. Sokrates ist zum Tode verurteilt worden für seine Frageform, von der eigenen Polis. Also Frageform, lebenslange Frageform, enthält Risiken. Dieses Risiko kann man keinen Menschen abnehmen. Aber man kann die Bereitschaft dazu, das Risiko einzugehen, erleichtern. Und was Sie und wir jetzt wollen mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen, ist für mich im Grunde die Erleichterung der Bereitschaft zu diesem Frage, zu einem neuen Fragealter, Fragezeitalter. Nachher müssen wir ja Antworten haben. Im Grunde, wenn Sie die Multiple-Choice-Examen ansehen, die jetzt auf allen Stufen, auch auf dem der Universität, durchgeführt werden, dann müssen Sie einfach Ihr Kreuz am richtigen Ort setzen und der Computer liest dann, ob Sie durchgefallen sind oder bestanden haben. Genau das ist das Leben nicht. Also da setzen wir keine Kreuze, wir tragen allenfalls ein Kreuz, das ist was ganz anderes. Aber diese Antwortzucht ist, glaube ich, im tiefsten Sinne des Wortes unmenschlich. Ich habe das erlebt, als ich einmal ein politischer Kandidat war, dass die Frageform nicht populär ist. Also wenn einer schon fragt, muss er auch die Antwort dazu kennen. Und man sieht es jetzt im amerikanischen Wahlkampf, die Kandidaten werden daran gemessen, ob sie Antworten produzieren. Und Fragen sind kein Programm. Und wenn man so will, ist beim bedingungslosen Grundeinkommen genau diese Frage das Programm. Man kann es materiell eigentlich darum nicht weiter ausführen, meine ich, weil die Antwort liegt dann beim jeweils Einzelnen, dem es zu statten kommt. Das ist eine Art Fantasie- und Vorstellungsmitgift. Die aber auch mehr Antworten ermöglicht. Das ist doch auch ein wichtiger Punkt. Die Fragen bleiben sozusagen nicht im Luftleeren und stoßen dann auf Unmöglichkeiten, sondern die Antworten werden ermöglicht. Genau. Es produziert, glaube ich, einen anderen Realismusbegriff als den, der sozusagen schon auf die Verwertbarkeit meiner Leistung programmiert ist. Und Verwertbarkeit heißt ja zunächst mal für andere, für ein System, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, was immer. Adorno hat ja gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das ist gewaltig abgekürzt gesagt. Das ist für mich eine nahezu terroristische Forderung. Wir alle leben davon, ein bisschen richtiger im Falschen zu leben. Und diesen Vorschuss auf das Richtige, auf das Eigene, auch in Geldform. Das heißt ja Freiheit. Freiheit zu dieser Selbstbefragung. Bereitzustellen, zu offerieren, als öffentliches Gut zu betrachten, als etwas, woran die Gesellschaft genauso interessiert ist wie der Einzelne. Der große Schrei nach der Kreativität, das klingt ja überall in der Wirtschaft, aber sobald man diese Kreativität dann lebt und sie nicht ins System passt, ist sie nicht mehr willkommen. und Systemveränderung geht ja nicht vom Kopf her, von irgendeinem Politbüro her oder schon gar nicht von der Börse her, sondern sie geht nur, indem ich zeigen kann, dass ich auf andere Fassung besser lebe. Was mich am meisten ärgert, ist die Annahme, die Annahme, dass ein solches Grundeinkommen automatisch gewissermaßen zum Sozialbetrug führt. Also, dass man eigentlich dann nichts Besseres zu tun hat, als in der Hängematte zu liegen und die anderen für sich arbeiten zu lassen. Dass Muße eine produktive Form des Daseins sein kann, das muss man den Leuten leider erklären, denn dass Muße und Faulheit zwei Dinge sind, war in der Antike noch sehr bekannt, das Wort Schule stammt vom griechischen Scholei und Scholei heißt Muße. Das heißt, dass sie gerade nicht für die Lebensnotwendigkeit schuften müssen, wie der Sklave. der Sklave kann auch ein Regierungsmann sein, der Sklave seiner Pflichterfüllung, sondern eigentlich beginnt der Mensch da, wo er etwas nicht muss. Und ein System, das sich einerseits unter sich selber stöhnt und andererseits sich selber dann als Sachzwang gegenüber anderen behandelt, ist eine Mischung von Pharisäismus und Schadenfreude. Und ich frage mich, welchen Schaden ist es eigentlich? Es ist der Schaden aller. Also, dass es dir noch dreckiger geht als mir, ist ja eigentlich kein Trost dafür, dass es mir dreckig geht. Aber bei den meisten Leuten funktionieren die Gefühle so und manchmal muss man sich, glaube ich, bei der Deformation dieser Gefühle entdecken und sich mal fragen, woher das kommt. Warum sind wir so unglaublich ungenerös in der Annahme, der andere könne aus sich etwas machen? Im Grunde steckt hinter den meisten schlimmen Dingen, die in der Gesellschaft passieren, sogar hinterm Antisemitismus, steckt eine komplizierte Form von Neid. Die anderen haben es leicht, ich habe es schwer. Dann muss ich, das Mindeste, was ich den anderen vorschreiben kann, ist, dass sie es gleich schwer haben wie ich oder noch ein bisschen mehr. Und man sucht Komplizenschaft. Also, damit mein Selbstbild richtig bleibt, musst du zumindest genauso. Das gibt es auch. Ja, ja, natürlich. Also, wenn ich blute, dann musst du sterben. Also, möglichst noch einen draufsetzen. Und Xenophobie, alles, was anders ist zu hassen, ist zweifellos ein leider anthropologisches Grundprogramm. Das werden wir nie ausrotten können. Aber Zivilisation besteht ja gerade darin, es zu entwickeln, zu korrigieren, zu entdecken, dass ich größer bin, weiter bin, generöser bin, als ich angenommen habe. Es gibt ein wunderbares Wort von Goethe gegen die Toleranz, was einigermaßen erstaunlich ist. Er sagt, Toleranz kann immer nur ein vorübergehender Zustand sein, denn sie muss führen zur Neugier und zum Interesse. Und das könnte man fast allen Ämtern und Politikern ins Stammbuch schreiben. Also unser Handlungsspielraum als Feinde, wenn wir uns als Feinde verhalten, wird immer enger. Und dann kann man am Schluss behaupten, dass die Verteidigungsbereitschaft sei notwendig und ein Sachzwang und was immer, aber ein befestigtes Land ist immer ein geistig armes Land. Also ein Grundreflex jedes Geschöpfs ist die Sicherheit. Und er ist offenbar bereit, sehr weit zu gehen, um sich diese Sicherheit zu verschaffen. Auch paradoxerweise auf eigene Kosten, auf Kosten seiner eigenen Spielräume. Und mies machen darf man das nicht, denn wir kennen dieses Grundbedürfnis alle und wir wissen auch, was es bedeutet, in ganz wichtigen Dingen ganz unsicher zu sein. Dass das kein Zustand ist, den wir lange ertragen. Und in diesem Sinn ist natürlich das Grundeinkommen zunächst einmal ein Anschlag gegen dieses Sicherheitsbedürfnis. Es ist möglicherweise schlecht, was wir haben, aber wir wissen, was wir haben. Und ich bin Teil davon. Das Kalkulable an diesem System spricht gewissermaßen zugunsten des Sicherheitsbedürfnisses. Ich weiß, woran ich bin. Es ist zwar nicht schön, aber ich weiß, womit ich rechnen kann. Genau dieses Rechnen ist natürlich heute, wenn man so will, die Grundformel der ganzen Ökonomie. Es ist auch immer mehr, sickert das in die Methoden der Erziehung ein, in die Praxis, diese Verfestigung der Person zu einer Rolle, die in der Gesellschaft gekauft wird, gefragt wird, die ein Training ersetzt das, was einmal zu Wilhelm Meisters Zeiten oder Pestalozis Zeiten Menschwerdung hieß. Also, ich weiß noch gar nicht, was für ein Mensch ich bin, aber das Traurige ist, wenn ich es eines Tages auch gar nicht mehr wissen will. Weil so wie ich bin, bin ich, selbst wenn ich, gerade wenn ich mir im Grunde nicht recht bin, will ich meine Opfer, meine Defizite gewürdigt wissen. Ich will ja auch für meine Verzichte, so ist der Mensch, irgendwo belohnt werden. Und ich belohne mich dann halt selbst, indem ich die Leute, denen ich unterstelle, dass sie diese Verzichte nicht leisten, indem ich die diskriminiere, disqualifiziere. Die Kunst im engeren Sinn oder Kultur im engeren Sinn, was wir so nennen, ist im Grunde Grenzkunde. Dort, wo hört der Sinn von Wachstum auf, wo wird er zur Zerstörung des Systems, das wächst, zur Selbstzerstörung. Und ob diese gewissermaßen immunsystemfreundlichen Kräfte in der Kultur, die genauso wie die Wirtschaft in der Freiheit des Individuums gründen. Ob die zum Tragen kommen, ist nicht nur eine Frage der Schweiz, sondern ich meine, in vollem Ernst ist es eine Frage des planetarischen Überlebens, jedenfalls der Menschengesellschaft aus diesem Planeten. Flechten und Viren werden es schaffen. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Denn der Planet ist genauso und seine Ressourcen sind genauso endlich wie unser Leben. Und ein unbeschränktes Wachstum ist nicht möglich. Das zerstört sich selber. Also ich möchte, ich möchte die vernünftige Wachstumsbremse, die möchte ich auch gerne mit der Idee des Grundeinkommens verbinden. Wenn einer etwas anfängt mit diesem Kapital, wird er sich ja unvermeidlich seiner Grenzen bewusst. Es sind nur nicht die Grenzen, die ihm der Lehrer oder der Papa oder der Chef eingeredet hat, sondern es sind die Grenzen, die er erfährt an sich. Und das ist dann sein Eigentum. Das ist vielleicht das Kostbarste. Und dazu braucht er ein, um es in schlecht und modern zu sagen, ein Start-up-Kapital. Also um Unternehmer in der Sache des eigenen Lebens zu sein. Dieses Freiheitsminimum, wo soll es herkommen? Wenn ich Glück habe, habe ich einen Mäzen oder einen Förderer oder einen Investor. Aber dass die Gesellschaft investiert in meine Fantasie, in die Fantasie ihrer Bürger, das wäre etwas Neues. Und das wäre ein anderes Wachstum. Das, hoffe ich, wäre ein Wachstum, das seine eigene Korrektur mitbringt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017